Moin moin, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Star Wars Empire at War. Ja, genau. Heute steht eine weitere Bodenschlacht an. Boom. Uh, zwei schwere Fahrzeugfabriken und zwei leichte. Oh, 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 das wird spannend. Na, ich hätte die ja runterziehen müssen, dann hätte ich gesehen, was sie da auf dem Boden haben. Naja, gut. Egal. Mach den Kuhn nicht fett. Gewinnen tun wir sowieso. Ähm... Boom. Und boom. Ich hoffe, ich bekomme jetzt nochmal hier dieses, äh, Bombardement. Das wäre richtig geil. Wenn gleich auch etwas overpowered. Aber... Okay, bewegt euch jetzt bloß nicht. Schießt ihn einfach ab. Gut. Dann... Ja, er ist geflohen. Feigling. Okay, dann würde ich sagen... Go, go. Nee, komm. Wir gehen erstmal dahin. Oh, stopp. Well, ansonsten hätte ich jetzt nämlich gleich drei, äh, AT-ATs verloren. Das wäre etwas OP. Das wäre echt etwas, äh, kacke gewesen. Boom. Okay. Ich möchte eben einmal hier den Luftraum clearn. Ach so. Ist schon gecleart. Alles klar. Dann rücken wir jetzt bitte einmal vor. Dankeschön. Und die Sturmtruppen verlieren kontinuierlich Leben. Oh. Sie werden Artillerie haben. Das ist... Nicht so... Schön. Okay. Solange... Solange hier... Sie hier kein, äh, Schleppkabel hier... Ähm, auswerfen... Ist alles gut. Alles klar. Ähm, ja. Die soll... Der soll halt schießen. Wie er will. Ach komm. Ja, die Mine ist auch scheißegal. Geld brauche ich sowieso nicht. Ich habe fast zwei Millionen. Äh. Äh, 200.000. Oh, 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 oh. Boom. Nein. Stopp. So, okay. Okay, dann... Oh. Könntet ihr vielleicht da aufschießen? Danke. Okay, ja, nee, komm. Jetzt machen wir das hier. Ah, okay. Jetzt ist es wie ein normales Bombing-Run. Alles klar. Ähm, okay. Okay. Bitte... Ähm... Ja... 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 Ja, das ist jetzt, äh... Seltsam. Wes... Warum hab... Wie kann ich denn jetzt auch nicht, äh... Äh... Komm, dann nehm' ich den. Machen wir's so. Okay. 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 So. Dann... Sieht es gerade mal ein bisschen... Besser aus, äh... Äh... Okay. Ja, dann... Vorrücken. Er könnte es mir ja schließlich nicht verübeln, dass ich keinen weiteren... Alter. Okay, komm. Komm, komm, renn, 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 renn. Boom. Was? Echt jetzt? Er hat's nicht angenommen. Okay, komm. Ähm. So, ja. Rollt mal auf hier. Scheiße. Ähm. Ich weiß, sagt man nicht. Wir haben Schilde. Okay. Gut, ähm. Ja. Boom. Vorrücken. So. Gut. Vorrücken. Vorrücken. Oh. Mach mal kaputt. Danke. Was? Ernsthaft? Jetzt ist hier nichts mehr? Okay, doch. Boom. Mach hin. Mach... Zerstör den hier. Und dann so. Okay. Und das da. Mach mal das. Kurz. So. Und... Bumm. Danke. Ja. Ja. Okay. Sie können halt nachspawnen. Das ist das große Problem. Das ist das große Problem. So. Äh. Bombing run. Ähm. Machen wir mal so. Vielleicht... Ach so. Ja, ich glaube, das war jetzt, äh... Etwas ver... Okay. Gut. Ähm. So. Gut. Vorrücken. Nein, bitte nur da hinten. Vorrücken. Und dann... Bumm. Danke. Ich brauche mehr Truppen. Was? Fünf ist echt das Maximum? Boah. Hm. Ich meine, ich werde sie schon besiegen, irgendwie. Aber... Die Frage ist, mit was für Verlusten? Okay. Vorrücken. Ah. Nice. Bumm. Böll an. Bumm. Okay. Okay. Ja. Bumm. Alter, was? Alter, natürlich! Boah, ey. Das ist echt overpowered, ne? So. Komm. Ich will jetzt sehen... Wo... Die andere schwere Waffenfabrik ist. Ist die da? Wo zur Hölle ist die? Die ist dann wahrscheinlich dort. Ja, genau. Genau. Genau so sieht's aus. Alter, so. Äh, so. So. Okay, komm. Hierhin. Überlebt einfach, ja? Ja. Ja. Überlebt. So. Und dann ist die ganze Scheiße hier jetzt auch vorbei. So. Okay. Danke. Gut, und dann können wir uns jetzt hier um den letzten Mist kümmern. Ja. Okay. Und die sind ziemlich stark. Bumm. Okay, komm. Attacke. So. So. Achso, das war jetzt dumm. Ja, ja. Ich weiß. Go, go. Rück dir jetzt hierhin vor. Dankeschön. Bumm. Macht hin. Alles klar. So. Die machen auf jeden Fall ordentlich Damage. Und das war's. Bumm. Börlert. Börlert, was ihr drauf habt. Und. Lass die Sache hier jetzt enden. Jo. Super. Sehr gut. Ähm. Ja. Viel zu viele Verluste. Ähm. Okay. Bumm. 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 So. Ja. Okay. Ähm. Oh. Ich hab nen verspannten, äh, Nacken. Oh. Äh. I. Geht schon. Ähm. Und jetzt wird die Rebellion endgültig aus. Also nächste Folge. Wobei, vielleicht auch übernächste Folge. Äh. Ich glaube, ich mach es tatsächlich davon abhängig, ähm. Ähm, wie viele Videos ich jetzt schon aufgenommen habe. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie viele Videos ich schon habe. Die Mindestanzahl von sechs Videos habe ich auf jeden Fall überschritten. Das weiß ich. Dessen bin ich mir sicher. Aber auch nur dessen bin ich mir sicher. So. Und. Tarkin ist in der Flotte drin. Transport cleared. Order confirmed. Order confirmed. Construction complete. Coming around. Ich finde es gut, dass die Order confirmed ist. Das heißt, alle Helden müssten jetzt hier sein. Zeig mir das mal. Also eines ist... Also eines ist auf jeden Fall ganz klar. Glasklar. Ich werde auf keinen Fall gegen Obi-Wan Knobi kämpfen. Das heißt, ich werde ihn neutralisieren. Construction complete. Zerstören. Töten. Wie auch immer. Ja. Building under construction. Ich weiß, dass ich jetzt, äh... Einfach nur um es zu haben. Ähm. Ich habe ja auch das Geld. Und in dieser Folge will ich jetzt den finalen Angriff sowieso nicht starten. Die Folge würde sonst zu lange gehen. Ich weiß, ich habe schon deutlich längere Folgen gebracht. Äh. Aber es geht ja darum, äh... Vorproduzieren. Und da kann ich mir dann sowas halt eben nicht leisten. Okay. Gut. Dann... Bin ich hiermit auch fertig. Äh. Äh. Was ist das jetzt für einer? Ach so. Klar. Klaas, klar. Klarer als klar. Klar wie Klosbrühe. So. Komm. Flieg da mal hin. So. Okay. Und ich halte mich noch etwas im Hintergrund. So. Ui. Mal sehen. Was haben wir denn da? Ah ja. Okay. Äh. Boah. Okay. Die da werden nervig. Wobei. Werden die über... Kann die... Kann das überhaupt nervig werden? Also. Kann gut sein. Hm. Weiß ich nicht. Ähm. Okay. Auf jeden Fall. Wie gesagt. Wie ihr seht. Es ist echt nicht viel. Was die da haben. Sie haben aber diese eine Mandator. Mandator. Meine ich. Und ich habe 333. Komm. Äh. Ich gebe schon mal nochmal in Auftrag. Hier. 1, 2. Ähm. 1, 2. Hä? Okay. 1, 2. 2, 3. Und dann... Gönnen wir uns... Komm. Dann gönnen wir uns das hier. So. Okay. Gut. Und dann... Würde ich sagen... Wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Schaut noch bei meinen anderen Projekten vorbei. Und wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Jo vulnerabilities. 2, 3, 3. Und dann se Gud in's. 1, 2, 3. 6, 3.